Hallo ihr Lieben, heute möchte ich euch an diesen beiden Beispielen zeigen, wie man eine Parabelgleichung aufstellen kann, wenn der Scheitelpunkt der Parabel gegeben ist. Lass uns mal mit dem ersten Beispiel starten. Bestimme die Funktionsgleichung der Parabel, die den Scheitelpunkt S hat und durch den Punkt P verläuft. Wir bekommen von unserer Parabel also den Scheitelpunkt gegeben, das wird der Punkt hier, das ist der Punkt S und noch einen weiteren Punkt, der liegt jetzt irgendwo auf der Parabel, ich zeichne den jetzt einfach mal hier ein, das ist der Punkt P. Ganz wichtig, die Unterscheidung, Scheitelpunkt ist der Punkt hier unten, der hat auch einen speziellen Namen und der andere Punkt, der heißt halt irgendwie, der liegt irgendwo, ist aber nicht der Scheitelpunkt. So, wir sollen die Funktionsgleichung aufstellen, das heißt Y gleich ist gesucht von unserer Parabel. Dadurch, dass der Scheitelpunkt gegeben ist, nutzt die Scheitelpunktform einer Parabel. Wie sieht die aus? Muss man natürlich dann auswendig lernen oder in der Formelsammlung schauen. Y gleich A mal, Klammer auf, X minus XS, Klammer zu zum Quadrat, plus YS. Da ist jetzt einiges drin, aber das Praktische ist, dass XS und YS, also da, wo das S steht, das sind die Koordinaten von eurem Scheitelpunkt S. Das heißt, XS steht für die X-Koordinate des Scheitelpunktes, also für die minus 3 und YS steht für die Y-Koordinate von eurem Scheitelpunkt, also für die 1. Und das ist das allererste, was wir machen, den Scheitelpunkt einfach einsetzen. Alles andere schreibt ihr einfach so ab, darum kümmern wir uns gleich, aber für das XS setzen wir die minus 3 ein, also schön hier dann mit dem Vorzeichen aufpassen, dass das minus übernommen wird und für das XS dann die Zahl eingesetzt wird, die da halt eben drin steht. Und hinten da für das YS dann halt eben auch die 1 rein. Das machen wir jetzt noch einen Ticken schöner in der Klammer, damit dieses minus minus da nicht drin steht. Minus minus 3 schreiben wir zu einem plus 3 um und dann sieht das Ganze eigentlich schon recht gut aus. Allerdings ist da noch was drin, was ersetzt werden muss, nämlich das A, das darf nicht da drin stehen bleiben. Wir müssen das noch herausfinden, welche Zahl da eigentlich hinkommt. Wir haben ja aber noch eine Information, die wir noch gar nicht benutzt haben, nämlich diesen Punkt, der noch gegeben war, dieser zusätzliche Punkt, der hilft uns jetzt, das A herauszufinden. Das A ist ja für die Öffnung der Parabel zuständig, also ob sie breit geöffnet ist oder relativ schmal. Schauen wir mal, wie wir das A finden. So ein Punkt besteht ja, wie wir eben schon gesehen hatten, aus einer X-Koordinate und einer Y-Koordinate. Und da wir wissen, dass dieser Punkt auf unserer Parabel liegen soll, können wir diesen Punkt einfach in unsere Gleichung einsetzen. Also für das X eben die 2 einsetzen und für das Y die 6 einsetzen und dann unser A ausrechnen. Das heißt, auf der linken Seite statt dem Y schreiben wir eine 6 rein. Alles andere schreiben wir so ab, aber das X, da setzen wir die 2 ein und den Rest schreiben wir so ab. Das ist jetzt eine Gleichung, in der nur noch A vorkommt und die können wir nach A umstellen. Links, ja, die lassen wir erstmal so, aber rechts, da können wir ein bisschen was rechnen. 2 plus 3 sind ja 5, das Ganze zum Quadrat und die plus 1 hinten dran. 5 zum Quadrat können wir ausrechnen. 5 mal 5 sind 25. Damit es A alleine steht, machen wir die 1 vielleicht nach links, indem wir minus 1 rechnen. 6 minus 1 sind 5. Rechts haben wir dann A mal 25 stehen oder 25 A, wenn ihr es rumdrehen wollt. Damit es A alleine steht, muss die 25 weg. Wir teilen durch die 25, 5 geteilt durch 25, kurze Nebenrechnung, in einen Bruch können wir das schreiben, den wir dann auch gut kürzen können mit 5. 5 durch 5 ist 1, 25 durch 5 sind 5, also eigentlich haben wir da ein Fünftel stehen und rechts dann wie gewünscht unser A. Wir haben unser A gefunden, das ist einfach ein Fünftel und das setzen wir jetzt eben in der Gleichung hier ein, wo wir gesagt haben, uns fehlt nur noch das A. Also Y gleich für das A, die ein Fünftel reinpacken, die wir gefunden haben. Alles andere einfach so abschreiben, das X muss am Schluss da drin stehen und das ist unsere Parabel, die diesen Scheitelpunkt hat und zusätzlich noch durch diesen Punkt hier läuft. Und im zweiten Beispiel sieht es ein bisschen anders aus. Bestimme die Funktionsgleichung der verschobenen Normalparabel mit dem Scheitelpunkt S. Okay, wir bekommen diesmal nur den Scheitelpunkt, keinen zusätzlichen weiteren Punkt P wie eben, aber wir bekommen noch eine weitere Information, nämlich verschobene Normalparabeln. Müssen wir gleich mal gucken, was das bedeutet. Wir sollen trotzdem die Funktionsgleichung der Parabel finden, haben einen Scheitelpunkt, sofort an Scheitelpunktform denken und erstmal die Gleichung dafür aufschreiben. Also Y gleich erstmal genauso, wie sie eben in der Formelsammlung steht, das Ding abschreiben, dann haben wir schon mal was auf dem Blatt. Und sind auch happy, dass XS und YS hier drin vorkommen und wir den Scheitelpunkt ja gegeben haben. Dann wissen wir schon mal, das ist XS, das ist YS, das kann ich gleich einsetzen, dann hat man schon mal was. Und wir können hier jetzt sofort auch das A einsetzen, denn die Information verschobene Normalparabel liefert uns sofort unser A. Bei einer Normalparabel ist die Öffnung nämlich so, dass A gleich eins ist. Sobald irgendwas mit Normalparabel in eurer Aufgabenstellung steht, könnt ihr durchatmen, ihr könnt für A immer eins einsetzen und müsst euch gar keine Gedanken machen über das A. Also, das heißt in unserem Fall, A ist eins. Einmal. Einmal muss man auch nicht hinschreiben, kann man dann auch weglassen. Und dann einfach nur die Klammer hinschreiben für das XS, die Minus 1,5 rein, also da wieder schön mit dem Vorzeichen aufpassen. Und hinten für das YS, diesmal ist es auch negativ, auch eine Klammer drumherum und erstmal hinschreiben. Und dann lösen wir das Ganze noch ein bisschen auf. Was haben wir hier? Minus, Minus können wir zu einem Plus machen. Und hinten diesmal Plus, Minus wird zu einem Minus. Und dann waren wir da jetzt tatsächlich schneller als beim ersten Fall, weil hier eben das A schon direkt gegeben war. Also, wenn man das dann weiß, kann man es direkt einsetzen und schlupdiwup ist man fertig. Dann hoffe ich, dass es euch geholfen hat. Falls ihr Fragen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Ansonsten euch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Video. Macht's gut! Und dann geht's. Vielen Dank.